Willkommen zurück zu Let's Plays Backup's Line. Wir sind abgestürzt. Wir haben Adams gefunden, aber von Logo fehlt... Momentan jede Spur. Ich bin am überlegen, ob ich hier die P90 nehme. Andererseits. ... Rocker! Adams! Verdammt, wo steckt ihr? Ich sitze fest, ohne Waffen, mit einem scheiß gebrochenen Arm. Lugo, Lugo! Shit, hab ihn verloren. Das Signal kommt von irgendwo nördlich. Isst doch was, los, komm! Diese Menschen haben das Ende der Welt erlebt. Keine Nahrung, kein Wasser, keine Hoffnung. Freunde tot, Familie abgeschlachtet. Sie leben in der Hölle, und doch schnuppern sie noch an den sterbenden Rosen. Ich verstehe, warum der König tut, was er tut. Aber wenn diese Menschen noch genug in sich finden, Kunst zu machen, ist er vielleicht mehr, als er sieht. Ich denke sehr auf Don Morrow, der aus dem zerbombten London sendete. Er half Menschen, zeigte ihnen etwas, das die Nazis nicht kleinkriegten. Der Traktor draußen hat CB-Funk. Wenn ich jetzt noch ein paar Lautsprecher auftreiben könnte, das wäre doch was. Tja, hier war wohl mal Wasser. Oh, das sieht wieder stark nach Kampfgebiet aus. Was denn lieben die hier? Lade nach! Halte sie mir vorbleib! Er will sich was! Passt auf die Schrottflick-Gramate! Deckung! Deckung! Kill ist bestätigt, verdammt! Kommt auf, der Gruppe! Wir sind schwer unter Beschloss! Warte aus! Erhört sich was! Fuck. so ist der schon am nächsten weg schon wieder einer ok ich bin weiter vor noch einer Ich traue der Sache hier noch nicht. Ich traue ihn! Schuttwind auf dem Weg! Rücke vorab! Lade nach! Halte sie mir vorbleib! So, Überraschung dürften wir nicht mehr erleben. Verdammte Scheiße! Das waren alle! Walker, Adams, seid ihr noch da? Wir hören, Lugo! Gott sei Dank, verdammt! Wo bist du genau? Innerhalb verschütteten Yacht! Die mit den angepissten Soldaten drumrum! Kaum zu verfehlen! Okay, bleib, wo du bist! Wir holen dich da raus! Wir müssen, Walker! Da kommt eine Patrouille! Da sind sie! Scheiße, zu spät! Feind ausgeschaltet! Also doch da! Ah! Sie sind tot! Los! Wo wollen sie hin? Geh rein! Geh rein! die kreise achtet auf die schrottwitte ich habe den wohnen sohn sind unterwegs wo ist er bis jetzt auf jeden Fall hin Scheiße, noch ein Scharfschütze! Achso, das ist unser Mann Rücke vor Sie sind auf einer Flanke Hab ihn Aufpassen, rücken vor Noch mehr Freunde, überall auf dem Boot da vorne Auf, 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 auf Auf, 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 auf Auf, auf, auf Auf, auf, auf 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 Ach Wie viele Wie ich bin nhất Nie Tämính ich war es Denk nach logo gibt es noch ein anderes versteckt In der Nähe ist ein Flüchtlingscamp. Ich tauch dort ab, solange ihr Action macht. Klingt gut. Wir treffen uns, sobald's ihr sicher ist. Ich kann doch mehr haben, Fixer! So, Munition, Munition. Ah, toll. Wenn er das mal heil übersteht. Ach, ein Armbruch. Wir haben Schlimmeres erlebt. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht meine. Wenn du was auf dem Herzen hast, raus damit, damit wir weitermachen können. Diese Mission ist Mist. Wir haben eben ein Hochhaus voller Amerikaner gekillt. Die haben uns keine Wahl gelassen. Du hast uns keine Wahl gelassen. Scheiße, was ist aus uns geworden, Mann? Nichts. Wir sind eben Soldaten. Oh, verstehe. Mein Fehler. Strike, kein Mann rollen. Los, zur Jacht. Verteilt euch los. Da ist eine Schwerer Truppe. Da bewegt sich einer. Hade nach. Gib mir Deckung. Feind ausgeschaltet. Werfen Blendgranate. Höchst. Werfen Granate. Werfen Schöpfe runter. Er ist ungedeckt. Vorsicht Granate. Vorsicht Granate. Keine gute Idee. Gebt mir Deckung. Noch einer. Noach einer. Hat. Gott verdammt. Ist ungedeckt! Was ist mit dem da oben? 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 Was ist mit dem da oben?